Machen wir einfach nochmal... ...einfach dran vorbeigehen. Ihr sagt ja auch nix! Kisten? Ich scheiße euch! Ich glaub der ist irgendwo hier an der linken Seite. Ja, Checkpoints sind hier aber gern mit. Ich auch mit. Oh, du hast geschie... Hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Da oben ist er. Links vor allem. Da! Kann man aber echt nicht so gut sehen. Das müssen wir jetzt aber mal... ...müsste mal zugeben, ne? Ach komm, flägt mich. Oh mein Gott! Jetzt haben wir ein... ...Wunderbärchen. In Wirklichkeit ist sie schon fertig mit dem Spiel. Spaced Out. Spaced Out. Das ist das letzte Level tatsächlich. Okay. Rein da. Ähm, was gab's denn hier? Ach genau, da gab's die... ...diese extra Dings. Hm. Machen wir... ...als erstes würd ich sagen. Die Kisten sammle ich trotzdem ein. Geht raus auf Pumperfruits. Ach so, das geht hier... ...ja gut, dann... ...dann machen wir das doch ja, ne? Wirklichkeit. Also es gibt auf jeden Fall... Es ist nicht nur ich, die das vergisst. Ich glaube im Original ist mir das nie passiert, dass ich da was verpeilt habe. Moment. Wrong way. Warum? Ich will nur den Edelstein holen. Bäääääääääää. Er verbirrt mich. Achso, hab ich doch. Hab doch alle. Das stimmt. Ich find das auch ein bisschen blöd, dass das so komisch getimt ist teilweise. Wir wollen dich nur verunsichern. Dann auch wenn irgendwas im Ton nicht stimmt. Nee, ihr wollt mich nur verunsichern. Ich mach hier gar nix. Das ist schon alles so richtig. Frei zum Leben. Ich nehm hier die mal einfach nur mit. Wegen Kisten und Äpfeln. Wuppe Früchte. Ich muss doch abwarten. Ja, die brauche ich ja nicht. Kisten brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ja, die brauche ich ja nicht. Kisten brauchen wir jetzt im Moment nicht. Ich hasse die Hitboxen in diesem Spiel. Okay. Ah, komm! Ah, vielen Dank für diese Maske, die ich nicht brauchen werde. Beziehungsweise gebrauchen kann. Jedenfalls für den ersten Sprung, den ich dann machen muss. Ja, werde ich machen. Werde ich machen. Okay, so weit waren wir noch nie. Okay. Hm. Nur nicht aufgehen, morgen haben wir's, ja. Ich will das aber nicht morgen haben, wie ich will's heute haben. Das war scheiße. Das war doch gar nicht so scheiße. So. Vorsichtig. Uff, kritisch. Dankeschön. Das ging doch jetzt mal grad hier schön fix. Und wir kriegen sogar Leben dazu. Aber wir haben, glaub ich, eben so richtige Leben eingesammelt. Nee. Ich mach das selber. Das war's. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Okay. 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 Woohoo! Ach, das Ding. Das ist schon ganz nett, dass die hier ein paar Leben platziert haben. 0 Das ist schon ganz nett, bis wir mal den die Info einfallen. Road! Da hab ich nix. Was war das denn? Man, no. Ich war doch schon so weit. Das war doch schon das letzte mit Gegners. Jetzt kriegen wir es aber hin. Wird auch auf jeden Fall mal Zeit. Nein. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ah, ist okay. Ich habe heute Morgen eine Scheibe Brot gegessen. Heute Mittag was für mein Milchbrötchen. Also ein halbes. Und eigentlich wollte ich Falafel essen, aber die waren nicht mehr gut. Fand ich nicht okay. Ähm, ich wollte ja eigentlich, ich wollte das mal probieren. So ein Wai-Food habe ich mir geholt. War okay. Aber es hält keine drei bis fünf Stunden. Wann habe ich das getrunken? Um zwei. Nee, nicht um zwei. Um halb drei habe ich es getrunken. Zwei Stunden hat es gehalten. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder Hunger. Ach, leck mich doch. Also nicht Castor-Fieber, sondern das Spiel. Jetzt stellen die mir schon ein Checkpoint hier hin. Es ist so traurig, ne? 19 Leben. Schön. IS auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich hoffe, dasyourzeug ist. Woh!